Wie Millionen andere Menschen auf der Welt pilgert auch ich zur Kumela. Jeder Schritt kannte nur ein Ziel, den Sangam, den Zusammenfluss der drei heiligen Flüsse, Ganges, Yamuna und Saraswati, der unsichtbare Fluss. Dort verspüren alle denselben Wunsch. Sie möchten ein heiliges Bad nehmen. Mein Vater meinte, ein Bad reicht, um alle Sünden des Lebens abzuwaschen. Bei der nächsten Kum traue ich mich nicht mehr. Komme, was da wolle, ich werde hier ein Bad nehmen. Wie die Flüsse im Sangam strömen auch die Menschen zusammen. Jene, die in dieser Welt leben, so wie wir. Und jene, die sich von hier losgesagt haben, wie Sadhus, Mahatmas, Babas und so weiter. Ja, die in dieser Welt leben, so wie sie sich von hierher und so weiter. Musik Musik Musik